Der Startschuss für den ersten Grünland-Schnitt fällt mit dem Drehen der Mähwerke. Für einen neuen Kurzfilm waren wir zwei Tage lang bei Landwirt und Lohnunternehmer Thomas Krendl in Niederösterreich unterwegs. Genauer gesagt in der Gemeinde St. Peter in der Au. Eine Region mit extremen Steilhängen und großen Ackerflächen. Für uns waren diesmal die Steilhänge an der Reihe. Ohne Zwillingsbereifung geht hier gar nichts. Wenn ihr dieses Video gefüllt mit leistungsstarker Technik, atemberaubenden Kulissen und spannenden Einsätzen nicht verpassen wollt, dann abonniert schon jetzt unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Es lohnt sich. Vielen Dank. Vielen Dank.